liberator jagen wollen also wenn du die bisschen gelabelte dinge haben willst die wolke dann im gf wegen mcrider ja vor uns ja ich halte dagegen ich guck mal dass sie rankommen verdammt er hat mich gesehen ja ich würde ich gerne halten dass man die tod nein bleibt du ding ich das mache ich schon das mache ich schon so bin wir da das ist auch noch schwere ich hatte gar nichts machen hinten hat noch den gehäufer tot ja klar sie sind alles voll da muss ein sandy stehen die wollen den punkt macht die haben irgendein bot ich gehe mal ein bisschen zurück und die aufs dach ich stelle mich nur der sniper in sich bekommst du dann ja ich sage ich bin jetzt auch wieder unter uns habe ihn ein habe ich da oben rennt er einen look wieder hammer auch weg über uns ist die scheiß lip wieder da ist noch ein ein drehen also oben kommt einer über den berg knapp kriege ich nicht ich habe eine andere bekommen leider wir haben habe ich vor die getroffen ich glaube die kommen nicht rein hier und aber alle gleich mal hin da haben wir hat ein eigen mitgenommen ja aus versehen na ja gott das gehört dazu zehn prozent verlust und so ne ich hab's immer schnell ja der wird jetzt nicht rum deckung beim schreiben hat es mich hat er mich die kill schade ich wollte gerade sagen geht die in deckung da kommt wieder ganz viel hässlicher scheiß von mir auf jemel ähm die flippen a haben a geflippt ich bin bei a ich sehe aber niemanden der ist nicht gefunden worden jawohl habe ihn gemessert natürlich und kontrollpunkt gechanged mittels spende spawn beacon sitzt wieder ah ich hätte sonst richtig viel auf einem hat wollen dass wir da wissen aimbot gemessert bleib da einfach stehen der kleine noob ein paar wieder wenn wir da da ist eine max noch mit dabei und ich verziehe mal wieder komplett magazinpistel da habe ich halt nur sechs schuss aber einfach auf die fatte mit ja ich habe nur die ist die scheiß standardpistole die ist ja zum kotzen muss denn er noch oder kommen wirst du dir munition macht halt auf nähe auf die nähe macht halt 900 der mensch auf den kopf da hast halt fällt eine schwere einfach mit zwei schuss um was dann nicht steht was dann ja kann sind tatsache naja gut dann gibt es punkte das wäre schon besser 11 18 schon okay ich werde es werde das wird kommen ist der sattliche wieder weg ja wir müssen jetzt gute truppe hier irgendwie so da ist er nach scheiße da hat er mich ist er mir entgegengelaufen der little spandex lebt er noch nein ist auch gerade umgefallen ja schade so jetzt können wir uns wieder um die luftüberlegenheit von denen kümmern ich habe jetzt ich habe jetzt 750 ich habe 250 aber wir können eigentlich wie der ding ziehen machen wir sagen wenn ich will ja wir brauchen aber in schildes ding ist das stört worden diesmal sind sie schlau gewesen haben ich muss auch ich ziehe mir auch noch ein ding in schi weil sonst bringt das ja nichts wenn man hier nur ein in schi haben und wieder liberator jagen wollen also wenn du die bisschen gelevelte dinge haben willst die walker dann nimm gehe auf die f3 ok weil die standard habe ich gerade nur getestet winter auf drauf 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 den kriege macht er gibt der kommt nicht mehr weg ja und das letzte noch hin wie schlimm oh gott er überlebt das noch aber das überlebt er nicht weg mit jetzt haben sie schon wieder den punkt ja der typ liegt auf meinen sand hier in der luft steppt er da ist er gestorben aufprall wenn wir uns mal schön dahin hinter uns nach wasser gucken ob ich rankomme ja gut ist gut da geht gerade eine max noch mit rein ich kriege dem hat da oben kommt einer von hinten was auf nicht dass er uns c4 an das sandig lebt also 30 4 halte ich aus siehst du da hat schon c4 dran gepackt 30 4 halte ich aus wo ist er da unten markiert schät ja haben wir gehört jetzt wieder rand an den sandig habe ich schon rappen oder weiter geht's habe ich mir doch gedacht hat dass er den dinger dass er hier dran will es ist guter die komplizierten zogen wird mir hat nur noch letzte stufe erhalte halten dann so viel aus die wechseln sind schon wieder fast zerstört von uns da kommt schon wieder eine lip über den berg geschwebt sind noch aus eigener angeschossen es ist da kommen sie wieder ecco da man weg hier packt du eigentlich halte ich so lang dreh du mal ok was habe ich ein punkt was habe ich habe die kanone drauf gut was eigentlich gut funktioniert ist noch mal rauchgranate und dann mit c4 hingehen weil dann wenn welche keine thermos ich drauf haben dann kann es egal so eine ganze durchschießen gut aber wenn ich dann den hole ich mir das hast noch einer hat hinten steht einer auf dem berg hinter uns wieder wo bist du pass auf die skyd auf wir hüben ist wieder ein flash und ein herr besser der beschießt mich was aber sie kommen wieder sie kommen an der sandy vorsicht der mac weiter haben sie da stehen ne infanterie oder irgendwo ich finde kann nicht wo ist nicht steht 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 nein was auf dem dein ding ist gleich da r damit auch schon wieder level 4 atri du oder so weg ja ist wasser kommt zu a hatte ich mal ganz zweck wasser kommt zu Das ist gar nicht gut, was wir hier machen. Das ist gar nicht gut, was wir hier machen.